Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. In der letzten Episode zum Spear ELCS Kit haben wir uns die Tragesysteme angeguckt, die Load Bearing Version, die H-Harness Version, den Gürtel dazu und wie das Ganze zusammengebaut und konfiguriert wird. Und in dieser Folge gucken wir uns einmal die einzelnen Taschen des Spear ELCS Kits an. Wir haben eine große Auswahl und die gehen wir jetzt einmal im Detail durch. Dann schauen wir uns die Taschen einmal im Detail an. Wir starten mit den Magazintaschen oder für alle Taschen, die irgendwie für Munition sind. Und dann haben wir hier die Taschen für drei M4 Magazine, Splittergranate und für Multi-Purpose wird es genannt, also verschiedene Granaten. Hier ist nochmal die Größe für eine Rauchgranate oder die Incidentary Grenade oder also eine Thermogranate. Hier mit Klett an der Seite wieder eingeschlitzt, wie man das von so vielen Taschen kennt, damit hier noch ein bisschen mehr Platz ist und die sich oben verbreitert, weil ja auch der Splint und sowas mit dran ist. Wasserablaufösen und Klett, um das Ganze zu halten. Hier bei der Tasche für die Splittergranate kommt ihr einfach rein und hier dann per Druckknopf mit dem Band gesichert. Die Taschen werden auch mit Druckknopf gesichert und mit Klett und hier passen halt die drei M4 Magazine rein. Hier an der Seite sind noch Kunststoffverstärkungen drin, die der Tasche Stabilität geben und hier natürlich Palt-System. Es ist halt einmal für links und rechts, je nachdem wie man die anordnen will, ob man die Splitterhandgranaten vorne in der Mitte haben möchte oder die anderen, so kann man sich die halt mit aufbauen. Der ein oder andere wird vielleicht schon erkannt haben, die haben ziemlich viel Ähnlichkeit mit der Standard Alice 3-fach M16 Magazintasche, die sonst immer an der Koppel war. Hier natürlich noch mit Alice Clips und auf beiden Seiten der Einsatz für die Splitterhandgranaten hat. Sie hat auch hier in der Front und im hinteren Bereich eine Verstärkung, die die hier nicht haben, sondern die haben das hier an der Seite. Aber ich glaube, man kann ganz gut erkennen, wo diese Taschen hierher kommen. Dann kommen wir einmal zur Einzelmagazintasche und zur Doppelmagazintasche für das M4, also Single and Double Ammunition Pouch. Hier auch wieder identisch Druckknopf Klett. Was hier noch eine Besonderheit bei den Taschen ist, dass die hier auch für das Druckknopfes ein elastisches Gummi wieder haben. Was das Magazin hier in der Tasche nochmal fixiert. Das war es auch schon zu den Taschen, haben keine weiteren Features. Optik erinnert ganz klar an die Tactical Low Bearing Vest und natürlich an die normalen Taschen aus dem Molle System. Dann haben wir hier die Tasche für Belt Fat Ammunition, also gegurtete Munition, M60 Saw so genannt. Natürlich für alles andere, was gegurtet ist, M240 etc. natürlich auch, aber die heißt ja nur M60 Saw 100 Schuss Tasche. Die wird mit Fastex geöffnet und auch mit Klett. Einfach ein, hier habe ich jetzt einfach nur ein Schemag reingemacht, um da ein bisschen was rein zu tun. Kommt die Munition rein, wird reingelegt oder in der kleinen Box reingepackt, also in den Pappkarton. Und dann geschlossen. Kann natürlich für alles andere auch verwendet werden, an sich nichts Tolles. Dann haben wir hier die Mehrzwecktasche. Optisch erinnert die natürlich sehr an die iFAC Tasche aus dem Molle Satz. Mit Reißverschluss geöffnet. Einfach ein großes Fach. Und mehr ist auch nicht dran. Dann haben wir die Tasche für die Two Quart Canteen, also für die größere Feldflasche. Die hat hier vorne noch eine kleine Extra Tasche mit einem Druckknopf. Die ist immer für die Entkeimungstabletten, um die direkt bei der Feldflasche mitzuführen. Geöffnet über einen Fastex Verschluss. Auch wieder das Flausch hier drin, was man aus den ganzen US Taschen kennt. Und dann ist da diese Feldflasche drin. Auch natürlich wieder PALS, das Safari Lint Label etc. was drauf ist. Wasserablaufösen. So wie man das von den Taschen kennt. Hier nochmal zum Vergleich die Tasche aus dem LS System. Wir haben auch wieder die kleine Tasche für die Entkeimungstabletten. Hier natürlich noch den Oldschool Verschluss. Aber im Endeffekt ist das noch mehr oder weniger das Gleiche. Dann kommen wir zur One Quart Canteen, also die normale US Feldflasche. Hier haben wir auch wieder die kleine Tasche für die Entkeimungstabletten. Hier vorne drauf ist nochmal eine größere Tasche, die mit Druckknöpfen geöffnet wird. Also was heißt eine größere? Da ist nicht super viel Platz drin. Da habe ich leider nichts Offizielles zu gefunden, wofür die ist. Ich könnte mir doch vorstellen, ob da vielleicht Zubehör für die ABC Ausrüstung reinkommt. So was wie den Trinkschlauch für die Schutzmaske. Aber da habe ich leider nichts Genaues zu gefunden. Wenn es jemand weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ansonsten haben wir hier den Verschluss, auch wieder Fast-Ex-Schnellverschluss. Hier sind so Gummistraps dran. Im Inneren auch wieder Flausch. Und natürlich das normale System Pals, Wasserablauflösen, so wie man es kennt. Als Vergleich habe ich auch nochmal hier eine normale Tasche aus dem Alice System. Da haben wir auch wieder eine kleine Tasche dran für die Entkeimungstabletten. Hier natürlich noch mit Druckknöpfen, aber im Endeffekt auch nicht so sehr anders. Diesen Verschluss kennt man dann auch aus dem Molle System wieder. Und ja, das war es zu dieser Tasche. Dann haben wir noch die Kompass Erste-Hilfe-Tasche. Erste Hilfe, das war auch so wie schon zu Zeiten vom Alice System. Lege ich mal hier zu. Das ist die gleiche Größe. Wir haben auch hier einen Druckknopf. Hier ist der Druckknopf natürlich wie bei allen Safari-Lintaschen aus dem Satz verdeckt. Deswegen sieht man die hier nicht. Aber das ist genau das Gleiche. Hier kann der Kompass natürlich reingemacht werden, so wie die Tasche schon heißt. Oder ein Field-Dressing, also ein einfacher Verband. Auch hier noch mit Alice natürlich, Pals. Und das ist es auch zu der Tasche. Zu guter Letzt haben wir hier noch den Alice-Adapter. Hier natürlich hinten Pals, um das Anlass-System, das ELCS-System anzubringen. Dann haben wir hier ein großes, breites Gurtband. Also hier können zum Beispiel das Blackhawk BTS-System, was ich schon mal bei einem Blackhawk-Artikel gezeigt habe, also einfach so eine große Schlaufe durchgemacht werden. Dann haben wir hier hinter die drei Fächer, wo man die Alice-Haken einhaken kann. Hier habe ich nochmal einen 9mm-Pouch. Den könnt ihr euch nochmal merken bei den Zusatztaschen, die dafür hergestellt werden. Da gibt es auch eine Tasche für 9mm. Sieht auch wieder identisch aus, nur dass der Knopf verdeckt ist, nicht verdreckt. Und natürlich mit Pals. Und dann kann man die hier wieder hinten festmachen und dann nochmal eine Alice-Tasche, wie man will. Natürlich macht es wenig Sinn, die zu nehmen, aber vielleicht noch eine normale Alice-M16-Tasche mit an das ELCS-System zu bringen. Besonders schön ist, dass in der SPIE ELCS-Anleitung noch ein Manual mit dabei ist, also in den meisten Fällen. Und da sind nochmal alle Taschen, die verfügbar waren, abgebildet. Nicht alle waren wirklich mit ausgegeben, aber alles, was die quasi angeboten haben, ist hier mit drin. Und zwar haben wir hier die Pouch Grenade Multipurpose. Das ist die gleiche, die auch bei der 3-fach M16-Magazintasche, wo die Tasche links und rechts die Splitter-Granatentasche war oder andersrum, die da mit dran ist. Das ist diese hier. Die beiden haben wir uns vorhin zuerst angeguckt. Und das ist quasi die Tasche, die an der Seite da mit angebracht ist. Dann haben wir die Tasche 40mm Illumination, also für eine 40mm Granate zur Vorfeldbeleuchtung etc. Dann haben wir hier einmal die 3-fach M4-Magazintasche, wo nur auf einer Seite eine Splitter-Handgranatentasche ist. Die beiden haben wir schon im Satz gesehen. Hier ist nochmal die 3-fach M4-Magazintasche mit Splitter-Handgranate auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite eine Tasche für das MS-2000 Strobelight oder für die andere Strobelight, die noch so gab. Hier haben wir die Tasche M14, 20 Schuss für drei Stück. Die ist Teil des Navy Option Kits. Das Navy Option Kit war primär für die Navy Seals, weil die die M14 noch genutzt haben und noch andere Taschen etc. mehr gebraucht haben. Findet man öfter mal irgendwo im Verkauf. Habe ich nie gesehen, dass die jemand genutzt hat. Dann haben wir hier die ganz normale Feldflaschentasche, die wir gezeigt haben. Hier die Mehrzwecktasche. Hier haben wir eine Tasche für drei MP5-30-Schuss-Magazine. Da sind auch zwei Stück von im Navy Option-Satz, weil die auch mehr 9mm MP5 zum Beispiel genutzt haben. Und deswegen haben die noch die im Navy Option-Satz gehabt. LS Adapter haben wir uns angeguckt. Tasche für 40mm High Explosive, also für die ganz normale Größe der 40mm Granaten. Dann haben wir hier eine Tasche für zwei High Explosive-Granaten für 40mm. Hier die ganz normale Doppel-Magazintasche M4, die Single-Magazintasche, die wir uns angeguckt haben. Die 100-Schuss M60 haben wir uns auch angeschaut. Da sind auch nochmal zwei extra im Navy Option Kit für die Gunner der Seals. Hier Shotgun-Munition, fünf Schuss. Die habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier ist nochmal die General Purpose, also Mehrzwecktasche Compass 3rd Ace Dressing, die wir uns aber angeguckt haben. Hier ist natürlich nochmal die Tasche abgebildet, wo alles drin ist. Hier die große Feldflaschentasche, wie wir uns angesehen haben. Hier die Tasche 40mm High Explosive für vier Stück. Hier nochmal die M249-Tasche, die habe ich so auch noch nie gesehen. Ein für 200-Schuss, also für den ganzen Gurtkasten vom M249 für die Son. Die ist quasi identisch mit der aus dem LS-System, nur dass hier auch wieder Fastex genutzt wurde und nicht ein Druckknopf wie noch bei den alten Taschen. Pouch Medical habe ich so auch noch nicht gesehen. Einfach eine größere Tasche mit dem Reißverschluss. Und hier, was ich euch vorhin gezeigt habe, die 9mm aus dem LS-System haben wir hier nur halt mit Pals 9mm Sidearm. Hiernach ist nochmal aufgeführt, wie viel von was irgendwo drin ist. Wir haben hier das Basic-Kit, was ich euch heute vorgestellt habe. Dann haben wir hier die M203-Option. Da sind dann nochmal für die Illuminationsgranate vier Taschen. Vier Taschen für Single M40, zwei für Double und nochmal vier für 4 M40mm. Hier oben haben wir das Navy Option-Kit. M14-Taschen, zwei Stück, zwei MP5 und nochmal zwei M60 Saw. Und dann hier die optionalen Taschen, die zu keinem Kit zugehören. Und da sind nochmal die, die wir gerade noch durchgegangen sind, mit aufgeführt. Ja, das war es soweit zum Spear ELCS-Kit. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen. Macht gerne diese YouTube-Dinge und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank. Ciao. Ciao.